So, hey Leute, ich bin's wieder, euer Murat, und heute spielen wir wieder Moneygrabber. Ja, ich hab ein bisschen schon gespielt, weil mir einfach langweilig war. Ja. Ich mag... Okay. Leute, ich weiß einfach nicht, was ich in einem Video so erzählen soll. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich weiß nur eins, ich bin schlecht in diesem Game. Oh mein Gott! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ich krieg vielleicht noch ein bisschen, also ein bisschen. Und dann kann ich noch was kaufen. Und warum ist es nicht die... Ich hoffe, es ist nicht die Schleife. Das habe ich mir. Ich will diese Scheisschleife nicht! Wenn ihr wollt, dass ich wieder mal Minecraft auf dem Handy spiele mit einer Person. Zum Beispiel... Ach, war das denn jetzt für ein Schleife? Egal. Aber... Ich kann mit Leon oder mit meiner Schwester Alena, die spielt auch sehr, sehr gerne. Äh... Obwohl ich nie Minecraft habe, aber Leon nicht mehr so gerne. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Und deswegen hat er auch gesagt, ich darf in seinen Account... Also in seinen Account spiele... Ach so! Ich wusste, es ist keiniges Gefühl für jemanden. Die Trauer hält immer. Man, ich الا... Häh... Dresenta... In plans Und das ist richtig cool. Das ist richtig cool für mich. Ist die Uhr. Weil die Uhr einfach viel mehr, also weil die Style hat, ja? Sie hat Style, muss ich schon sagen. Oh mein Gott. Ja, 200. Das ging ja viel schneller. Wann ich das voll gut? Nein! Mann, ich war so gut. Ein Schnauzpad. Einen Schnauzpad. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ich mir den kaufen soll. Weil ich weiß es nicht immer, ob es kochen ist oder nicht. Ob es euch gefällt oder so, weiß ich nicht. Aber wenn ihr wollt, dass ich mit Alena aufnehme, also einfach so, weiß ich was. Ähm, einfach Zweifelgames aufnehme, äh, ähm, Skywars und sowas funktioniert nicht mehr. Ich bin hier auf dem Live-Board-Server und ich spiele nur einfach nur auf dem Live-Board-Server. Ich bin hier auf dem Live-Board-Server. Ich bin hier auf dem Live-Board-Server. Ich bin hier auf dem Live-Board-Server. Ja, wenn uns stairwells ändern, aber... Ich werde jetzt soviel und zu sehen auf dem Live-Board-Server ist ein Diamanten-R sud experiencing. Nein! leute 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 ich kaufe mir warte ich hab sehr viel geld 800.000 ein anzug einen anzug kaufen wir jetzt den anzug gekauft nur ein arm dachte jetzt der wüpfung smoking aber egal er muss jetzt wieder geld ich bin wirklich besser geworden leute ihr könnt selber austesten das spiel ist voll cool wir schwingen also meine hand geschwinkt genauso die hand als ob er so dj spielen würde ihr leute könnt auch also wenn ihr wollt kann ich auch facecam machen schnauze kaufen das sieht richtig cool aus leute das wäre so schön wenn das geld echt so fallen würde dann könnte sich jeder alles einfach kaufen dann wäre man reich 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 aber es sollten natürlich gar keine münzen regnen das wäre echt dann dumm der anderen wand ok er geht doch gar nicht hast du doch ich habe das geschafft ja wird er jetzt geschafft einfach ich habe das geschafft einfach ja bin du gut geworden 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 jetzt brauchen wir mich dieses doppelding Ja, das bräuchten wir jetzt. Komm zu Papi, komm zu. Yeah. 300, 4000. Nein. Oh, das ist so schnell. Nochmal verdoppelt Geld, nicht runter. Oh, diese Runde müssen wir sehr, sehr gut sein. Okay. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Alter. Da kommt schon. Das ist so cool. Da konzentriert man sich so richtig. Ach, Leute, tut mir leid, dass das Video so spät kommt. Aber es ist am Montag. Falls es morgen erst hochgeladen wird, tut mir leid. Ich werde immer besser. Niemand kann mich davon abhalten. Nein. Ich hole Geld. Nein. Was? Er greift für 50 nur an Tippen in der oberen Hälfte. Sie können jetzt leisten eine GJM-Karte. Gekauft. Was bringt das? Mal gucken. Hä, was bringt denn jetzt die GME-Karte? Leute, ich kann jetzt schneller greifen. Kommt mir voll zuvor. Kommt mir wirklich zuvor. Warum gebe ich so schnell mein Geld aus? Kann mir das jemand bitte erklären? Ich will nicht. Ich will nicht. Ich könnte jetzt nicht mehr so ein... Nein. Ein gefährliches Erdstück. Nein. Dann ist ja meine Uhr weg. Oder war das ein Ring? Egal. Und ich will gucken, ob es hier auch eine Käppi gibt. Dieses Spiel, das gefällt mir sehr. Oh nein. Und ich bin so schlecht. Das kann ich mir jetzt schon wieder kaufen. Sie können sich jetzt auf ein... Was bringt das? Das bringt schon wieder so einen Scheiß-Unnutz. Das weiß ich jetzt schon. Nee. Das... Nee, nee, nee. Das kriegt mir nicht. Aber Leute, ich hoffe... Das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt cool und ciao. Leute!